Das ist klar, am Spieltag zwischen Training und Match macht man auch nicht viel, aber in den Tagen dazwischen versuche ich, sich so gut wie möglich zu erholen und das probiert man auch in der Regular Season. Also bleibe ich eigentlich, probiere ich zumindest so ziemlich beim Alten zu bleiben. Es ist eine extrem enge Serie und logischerweise ziemlich speziell für mich und auch für den Grossen. Nichtsdestotrotz versuchen wir die Serie zu gewinnen, wie wir eine andere Serie auch gewinnen. Es gibt keine grössere Genugtuung, weil der Gegner Davos heisst, es geht einfach um das Siegen. Wichtig wäre für uns, wenn wir ein Heimspiel gewinnen könnten und dann schauen wir weiter. Wir probieren alles zu machen, jede Entscheidung so gut wie möglich zu treffen. Der Gedanke muss immer an die Mannschaft gehen, was bei unserer Mannschaft eigentlich auch immer so ist. Und schlussendlich wäre ich froh, wenn ich vorher in der Offensive dazu beitrage, dass man schlussendlich ein Goal mehr schiessen kann als Davos. Wir probieren uns natürlich und auch unserem Publikum zu beweisen, dass wir zuhause in dieser Serie vorlegen können.